Hallo, ich werde euch heute zeigen, wie man einen typischen Mürbeteig zubereitet. Dazu brauchen wir 2 Esslöffel Milch, 125 Gramm Butter, 2 Eigelb, 300 Gramm Mehl, 125 Gramm Puderzucker, eine Prise Salz, ein Päckchen Vanillezucker und ein halbes Päckchen Backpulver. Zuerst nur die Trockenzutaten in eine Rührschüssel geben. 300 Gramm Mehl, ein halbes Päckchen Backpulver, eine Prise Salz, ein Päckchen Vanillezucker, 125 Gramm Puderzucker, nun 125 Gramm Butter in kleine Stücke schneiden, damit sie sich später besser in der Mehlmischung unterrühren lässt. Dabei sollte man darauf achten, dass die Butter am besten nicht mehr so hart ist, sondern schön weich, damit man die Masse danach gut kneten kann. So, nun geben wir die Butter zu der Mehlmischung. Nun geben wir zu der Masse 2 Eigelb. Nun geben wir 2 Esslöffel Milch hinzu. Nun haben wir einen glatten Teig, den wir jetzt etwa 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Am besten wickelt ihr dazu den Teig in Plastik- oder Aldofolie, wie ihr mögt. Nach einer halben Stunde nun den Teig auf einer bemehlten Fläche gut ausrollen. Nun geben wir den ausgerollten Kneteig in die Springform, 26 cm, und drücken das gut fest. Nun den Mürbeteig bei etwa 190 Grad 20 bis 25 Minuten im vorgeheizten Ofen backen.